In diesem Video möchte ich über ein sehr wichtiges Thema sprechen, wie ich finde, nämlich CK-Sync. Angesichts nämlich des explosiven Nutzerwachstums von Ethereum in den letzten Jahren, das vor allem auf den Aufstieg der DeFi- und NFT-Bewegungen zurückzuführen ist, sind die hohen Gasgebühren zu einem großen Problem für das Protokoll geworden. Die Realität sieht so aus, dass die Skalierbarkeit der Basisschicht, die Teil der zukünftigen Ethereum-Upgrades ist und zu niedrigen Transaktionskosten führen wird, aber noch einige Jahre auf sich warten lassen dürfte und da spreche ich über das Sharding. Von daher sind Layer 2 Skalierungslösungen zumindest kurz- bis mittelfristig absolut entscheidend. Unter den führenden Layer 2 Skalierungsoptionen steht die Roll-Up-Technologie an vorderster Front, da sie die Verlagerung von Transaktionsberechnungen aus der Ethereum Layer 2 Kette ermöglicht, die Transaktionsdaten aber im Mainnet veröffentlicht. Mit Hilfe von Smart Contracts bündeln und komprimieren Roll-Ups die Transaktionsdaten zurück auf die Hauptkette. Es haben sich zwei verschiedene Arten von Roll-Ups entwickelt, Optimistic Roll-Ups und ZK Roll-Ups. Optimistic Roll-Ups gehen davon aus, dass Transaktionen standardmäßig gültig sind und führen nur im Falle einer Infragestellung Berechnungen über einen Betrugsnachweis durch. Optimistic Roll-Ups haben sich bereits auf dem Markt etabliert. Projekte wie Optimism und Arbitrum, über das ich schon öfter berichtet habe, haben in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da ihr Debs Ökosystem explodiert ist, wobei letzteres mittlerweile über 3,2 Milliarden TVL, also Total Value Locked, aufweist. Wie ich schon in meinem Arbitrum-Video gezeigt habe, sparen die Nutzer dieser Protokolle rund 90% der Gasgebühren im Vergleich zu Transaktionen im Ethereum Mainnet. Allerdings gibt es auch einen Nachteil. Obwohl die Überbrückung von Geldern vom Ethereum Mainnet zu Optimism oder Arbitrum nur ein paar Minuten dauert, dauert die Überbrückung von Geldern zurück zum Ethereum Mainnet sieben Tage, damit die Verifizierer eben genug Zeit haben, jeglichen Betrug im Netzwerk zu erkennen. Es gibt aber auch Lösungen wie die HopExchange, die eine fast sofortige Migration von Vermögenswerten zurück ins Ethereum Mainnet ermöglichen, aber sie verlangen eine Gebühr für diesen Service und es ist ein bisschen lästig, wenn man schnell Vermögenswerte zurück ins Mainnet bringen muss. ZK Rollups, also ZK steht für Zero Knowledge, diese hingegen führen Berechnungen außerhalb der Kette durch und übermitteln einen Gültigkeitsnachweis an die Kette. Diese Methode verringert die Größe der Transaktionsdaten und reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Validierung von Blöcken. ZK Rollups brauchen keine Challengeperiode, da der Gültigkeitsnachweis die Transaktionsdaten bereits verifiziert hat, sodass das Abheben von Vermögenswerten im Vergleich zu Optimism viel schneller geht. Es gibt aber auch bereits Projekte, die die ZK Rollup-Technologie nutzen, darunter Loopring, Hermes und Starquare. Und ich würde dir wirklich stark empfehlen, dir mal diese Projekte anzusehen, denn diese haben ihre eigenen einzigartigen Merkmale. Und zu diesen Projekten gehört auch ZK Sync. Von daher schauen wir uns einfach mal genauer an, was es ist und was es bietet. ZK Sync wurde von MetaLabs entwickelt und ist eine vertrauenswürdige Layer-2-Zahlungslösung für skalierbare, schnelle und kostengünstige Transaktionen auf Ethereum, die auf der ZK Rollup-Technologie basiert. Und das Coole ist, sie nutzt die Zero-Knowledge-Proofs und die On-Chain-Datenverfügbarkeit, um die Gelder der Nutzer so sicher zu halten, als hätten sie das Ethereum Mainnet nie verlassen. Auch wenn es sich noch im Anfangsstadium befindet, können Entwickler in Zukunft Anwendungen auf ZK Sync aufbauen. Da es IWM-kompatibel ist, können bestehende Layer-1-Smart-Contracts leicht portiert werden. Auch die Unterstützung von Wallets ist in Planung. Argents solltest du dir mal im Hinterkopf behalten, denn die werden mit ZK Sync eine Layer-2-Wallet erstellen. Im Rahmen der ZK Sync Roadmap hat MetaLabs auch ZK Porter entwickelt, das durch die Kombination von ZK Rollup und Sharding-Technologie die Massenakzeptanz von Kryptowährungen ermöglichen soll. ZK Porter wird Smart-Contracts in ZK Sync unterstützen und den Durchsatz auf das Niveau von Visa und darüber hinaus erhöhen, während die Transaktionsgebühren weiter gesenkt werden. Die Vorteile von ZK Sync sind also die niedrigen Gebühren, bis zu ein Hundertstel der Layer-2-Gebühren und günstiger als Optimistic Rollups, dann auch die höhere Geschwindigkeit, also 2000 Plus-Transaktionen pro Sekunde, im Vergleich zu 14 Transaktionen pro Sekunde auf Layer-1 musst du bedenken, dann auch die Sicherheit, gesichert wird es nämlich durch die Ethereum-Blockchain und es gibt einen reibungslosen Transfer. Du kannst also deine Kryptowährung zwischen Layer-1 und Layer-2 verschieben, ohne Verzögerung. Es gibt aber auch ein paar Möglichkeiten, wie du ZK Sync sofort ausprobieren kannst. Du kannst das Swaps-Testnetz auf dem ZK Sync 2.0 Ringgibit-Testnet ausprobieren. Dort gibt es ein Fawcett, über den du einige unechte Token erhalten und ein paar Tests Swaps durchführen kannst. Dazu brauchst du nur eine Metamask-Wallet und einen Shoutout von deinem Twitter-Account, um die Fawcett-Token zu erhalten. Du kannst aber auch über die Wallet-Seite von ZK Sync Ethereum an das Netzwerk senden, indem du die Bridge benutzt. Die Überweisung dauert nur ein oder zwei Minuten und sobald das Geld im ZK Sync Netzwerk angekommen ist, kannst du ein NFT für etwa einen Dollar prägen und ihn zurück auf Layer-1 transferieren, wenn du eben möchtest. Beachte aber, dass es ein paar Stunden dauern kann, bis dein NFT bestätigt wird. Also kannst du sie erst überweisen, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist. Du kannst aber auch die ZigZag Exchange nutzen, das ist ein DEX. Und dort kannst du deine Wallet anschließen und es ausprobieren. Beachte aber, dass im Moment nur eine sehr begrenzte Anzahl von Handelspaaren verfügbar ist. Und jetzt wird's wirklich wichtig. ZK Sync hat derzeit keinen eigenen Token. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann einen haben werden. Es kann sich also durchaus lohnen, das Protokoll auszuprobieren. Und wer weiß, vielleicht kommst du in Zukunft in den Minus eines Airdrops, wenn sie sich eben entscheiden, frühe Nutzer auf irgendeine Weise zu belohnen. Und dieser Airdrop, der könnte durchaus sehr hoch ausfallen. Ich bin mir absolut bewusst, dass diese Art von Videos keine große Zuschauerschaft erreichen. Aber das ist mir jetzt auch nicht wirklich wichtig. Ich möchte, dass sie dir einen Mehrwert bringen. Denn ich finde das wirklich sehr interessant und es kann dir in Zukunft extremst helfen. Und jetzt auch dir einiges erleichtern. Von daher solltest du es wirklich mal ausprobieren. Und wenn du noch mehr von solchen Informationen und allgemein über den Kryptospace haben möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auch auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen. Denn du musst dir vorstellen, ich habe so viel zu erzählen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe so viel auf meiner Liste stehen, aber ich komme einfach nicht mit den Videos hinterher. Und all diese wirklich wichtigen Informationen, die parke ich in meinem Wochenbericht. Und dann kannst du wirklich davon profitieren. Von daher würde ich dir wirklich empfehlen, da vorbeizuschauen. Hinterlasse diesem Video auch gerne einen Daumen nach oben und vielleicht auch einen lieben Kommentar. Ich würde mich wirklich freuen. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Ciao! Und wenn du aus dem Kryptobereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen. Denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial. Dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor. Dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor, mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen. Der Link ist in der Videobeschreibung.